starke freunde hallo wir sind es die starken freunde und heute geht es um stein auf stein jawohl radio schlagerparadies und fly and help diese wollen gemeinsam eine schule bauen in afrika für die ärmsten der armen und ja wir wollen das gerne unterstützen wir als starke freunde und ja was machen wir da wir spenden auch etwas wir fangen an die erste steine zu bauen also die ersten zwei steine sind gebaut natürlich nur virtuell aber je mehr steine mehr zusammenkriegen umso schneller funktioniert motto stein auf stein und mit jedem stein wächst das ziel natürlich dass es auch gelingt und das hier ist ein salzstein aus der skihütte oberstaufen und den stein nehmen wir dann mit genau also also stein auf stein seid mit dabei spendet wir zählen auf euch wir freuen uns also besten dank für die spende 20 euro und dann wächst der bau und wir sehen uns wieder danke sehr ihr seid die besten